Das ist der Franz Häusl, der ist der kleinste Bube in seiner Klasse. Bitteschön, die junge Dame. Ich bin keine Dame. Für ein Mädchen gehalten zu werden ist doch super. Es bedeutet nur, dass du zu schön bist für ein Bub. Aber noch mehr ärgert ihn, dass seine Stimme vor Aufregung oft ganz piepsig wird. Ist es, Frau Bruder? Was ist los? Zunge verschluckt. Nun ist es Zeit, 20 Regeln für einen echten Kerl? Toll, oder? Also ich bin voll dabei. Ein echter Kerl zu werden. Regel Nummer 1. Sei es selbstbewusst. Selbstbewusst. Abend, die Ladies. Wie schaust du denn aus? Regel Nummer 2. Ein starker Kerl in einem starken Körper. Wir gehen woanders hin. Was? Wieso? Weil das ein Omega-Omaladen für Omas ist. Darum! Schau, was ich gemacht habe. Einen Bolenta-Kirschkuchen. Geht leider nicht. Ein echter Mann erntet sich ganz viel von Protein. Sollt man dener da ausgehauen? Na geh. Scheiße, 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 scheiße! Scheiße, 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 geht ja los! Es ist unglaublich, was dieser Franz schon geleistet hat. Sag einmal, hörst du mir überhaupt zu? Wenn man fröstelt, geht's noch? Weil der Franz langsam ein echter Mann wird, muss er sich seinen Ängsten stellen. Ich hätte gerne einen Kaugummi. Ihr wollt, dass ich ihn klau? Ja, klar. Das Leben ist eine einzige Zumutung. Du bist gut und richtig genauso, wie du bist, ja? Ich kenn niemanden, der so gut Franz Südow.